Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zur nächsten Folge des Zweitliga-Checks und es geht weiter mit Erzgebirge Aue. Wir gucken genau darauf, wie es ausschaut. Mit dem Kader, mit den möglichen Transfers, arbeiten wir mit dem neuen Coach Alexej Spielewski. Was ist dieses Jahr möglich? Wo haben wir aber vielleicht noch Problemstellen? Was muss getan werden? All das hier kompakt im Zweitliga-Check mit Aue. Erst einmal aber der Blick zurück auf die letzte Saison. Dessen Ende gab es einen wirklich starken 12. Tabellenplatz und das hat man vor allem geschafft. Oder besser gesagt das Ziel, die Klasse 2, hat man vor allem durch eine wirklich starke Hinrunde geschafft. Trotzdem gab es ja einige Nebenschauplätze, die nicht so angenehm waren. Denn die Krankmeldung von Trainer Dirk Schuster war wirklich zum Ende hin im Fokus. Er ist jetzt auch nicht mehr Coach der Fallchen und nun geht es eben ohne ihn weiter. Sicherlich hat auch er damit zu tun gehabt, dass wirklich Aue eine gute, souveräne Saison gespielt hat. Aber gut, nun eben ohne ihn mit Neu-Coach Alexej Spielewski. Und nicht nur Schuster ist weg als Coach, nein auch einige durchaus wichtige Spieler. Natürlich vor allen Dingen zu nennen Florian Krüger. Er hat eine wirklich starke Saison für Erzgebirge Aue gespielt. Natürlich hat er jetzt vom Talentstatus her immer noch Potenzial nach oben. Das ist unbestritten. Trotzdem in Liga 2 war er ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Offensive. Luis Samson als Sechser ist auch weg. Er ist nach Halle gegangen. Rizzuto, der rechte Verteidiger nach Rostock und Steve Breitkreuz. Auch der hat eine wirklich gute Saison gespielt. Ist nach Jahren Regensburg gegangen. Ansonsten gab es noch die Abgänge von Platt und vor allen Dingen auch von Pascal Testreux. Auch der war in der Offensive neben Krüger ein ganz wichtiger Faktor. Ist nach Sandhausen gang Ablöse frei. Und ansonsten haben wir noch Fabian Karlich, der ja ewig gefühlt per Aue gespielt hat. Dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Und Kevin H. neben Platt ein weiterer Keeper, der nun nicht mehr da ist. Neu da sind aber dafür auch ein paar Spieler, die vielleicht jetzt auch nicht die bekanntesten Namen haben, aber allesamt Potenzial nach oben mitbringen. Zum einen ist der erste Ramzi Ferjani, den wir hier mit dabei haben. Ein junger Innenverteidiger, ablösefrei aus Nitra gekommen. 20 Jahre jung. Auf jeden Fall mit Potenzial nach oben. Anthony Barüla ist ein neuer Mann für Rechtshinden. Soll hat Alternative dienen. Zu Strauß ist von Saarbrücken gekommen. Auch das ist ablösefrei über die Bühne gegangen. Er ist 23 Jahre alt. Dann haben wir noch ein Talent aus der Wolfsburger Jugend. Und Sofiane Meseguam, ein 20-jähriger Mittelfeldspieler, der in der Zentrale eingeplant ist. Kann Achter spielen, Zehner, aber auch linkes Mittelfeld. Nikolas Kühn, sicherlich noch der bekannteste Name, ist gekommen. Per Laie vom FC Bayern München. Stammt ja eigentlich aus der Jugend von Pauli Hannover. Und Erbe Leipzig ist dann zu den Bayern, oder besser gesagt zu Ajax gegangen, dann zu den Bayern. Nun also verliehen worden nach Aue. Soll dort den nächsten Schritt gehen. Dirk Karlsson haben wir noch mit dabei. Der ist vom KSC gekommen. 23 Jahre linker Verteidiger. Sicherlich eine gute Option für alle Beteiligten. Auch flexibel einsetzbar. Tim Kipps als neuer Keeper. Da haben wir gerade schon gesehen. Da wurden ja zwei abgegeben. Und da noch Oma Sirajic. Der aktuell fast neueste Transfer neben Tim Kipps. Neuzugang von Tökücü München. Ganz wichtiger Mann für die Offensive. Denn dort war ja noch, oder ist vielleicht sogar noch, gucken wir nochmal genauer drauf, eine Lücke im Kader. Apropos Kader. Jetzt mal der Blick auf den kompletten, auf die ganze Mannschaft. Wir gehen durch Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Und im Tor haben wir eine kleine Änderung. Martin Mendel als Käpt'n ist immer noch die Nummer 1. Philipp Klevin ist Nummer 2. Und dahinter eben jetzt mit Tim Kipps eine neue Nummer 3. In der Verteidigung kamen 10 Spieler. Jede Position ist Minimum doppelt besetzt. Rechts hinten Neuzugang Anthony Barilla. Neben John Patrick Strauss für die Zentrale. Florian Ballas, Malcolm Kakutalua, Niklas Jek, Ramzi Ferzani und Sören Gontar. Und dann für links hinten nominell 3. Lecke Verteidiger mit Gaetan Busman, Sascha Hertel, der auch etwas offensiver gehen kann. Und Neuzugang Dirk Karlsson. Im Mittelfeld haben wir dann für die 6. Position Philipp Riese, Ginzaltic und Vandrich. Etwas offensiver dann noch als 8. Meseguam. Und dann für die Offensivzentrale Dimitri Nazarov, Jan Hochscheid und Erik Majecak. Die auch allesamt offensiv gefühlt alle spielen können. Zwischen linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, Hängelspitze und eben ihre Stammposition auf der 10. Und dann haben wir noch 3 klassische Flügelspieler mit Tom Baumgart, Omar Sijajic und Anthony Jonjic. Im Sturm dann noch Nikolas Kühn, der eigentlich auch nominell ein Außenmannspieler ist, aber auch genauso gut als in der Doppelspitze funktionieren kann. Ben Zulinski, auch der ehemalige Paderborner, kann ja offensiv alle spielen. Und Philipp Zulechner, die einzige nominelle, wirkliche Nummer 9 im Kader. Und nun schauen wir mal drauf, auf eine mögliche 1. Elf. Wie man aus Auerkreisen hört, plant Alexej Spielewski mit einem klassischen 4-4-2. Eines dem auch, das wurde in den Freunderspielen schon öfters mal jetzt auch genutzt. Damit haben wir im Tor natürlich Martin Mendel, Klevin als Nummer 2. In der Viererkette ist die große Frage, wer setzt sich durch? Ich denke mal, rechts hat Strauß und links Bußmann die besten Chancen. Aber auch dort, links vor allem auch, ist Karlsson sicherlich nah dran. Barilla muss sich rechts erst mitten anstellen. Und in der Zentrale ist dann halt die Frage, wie ersetzt man Breitkreuz? Wie macht man es? Sicherlich bei einer 2er-Innenverleihung, wie es natürlich geplant ist, haben aktuell Sören Gonta und Florian Ballas die besten Chancen. Ohnehin ist ja noch Kakuta Lua verletzt. Dahinter dann mit Jeck, einem jungen Mann als zweite Möglichkeit. Ebenso Fejani natürlich dort auch noch eingeplant. Auf der Doppel-Sechs habe ich mich jetzt mal für die etwas defensivere Variante entschieden mit Riese und Van Dijk, sprich zwei klassische Sechser. In den Testspielen hat dort auch öfters mal ein Baumgart oder ein Majeczak gespielt. Mit Gendr Jatic hat man noch einen weiteren Sechser für diese Position. Dann auf den Flügel-Positionen, die natürlich hier etwas flexibler gestaltet sind, die auch öfters mal mit in die Zentrale rücken, haben wir dann ein paar Möglichkeiten. Ich denke mal an Hochscheid, Zulinski und Nazarov führt an sich kein Weg vorbei. Das kann man natürlich auch nominell anders aufstellen. Ich denke mal Hochscheid, Zulinski erstmal durch die Außenbahn. Dahinter dann Baumgart und Siraric als die ersten Alternativen. Und dann im Sturmzentrum Nazarov und sicherlich Zulechner erst einmal gesetzt, weil er dort die wirkliche Alternative fehlt. Neuzugang Nikolas Kühn ist sicherlich auch nah dran. Jonjevic habe ich jetzt auch mal wieder hingestellt, weil da wirklich auf dem Papier eine weitere Möglichkeit fehlt, um Zulechner 1 zu 1 ersetzen zu können. Deswegen noch mal wichtig der Blick auf mögliche Neuzugänge, sprich auf die Gerüchte, die es um Erzgebirge Aue gibt, was neue Spiele angeht, was aber auch mögliche weitere Abgänge angeht. Wir beginnen erstmal mit möglichen Zugängen. Und dort ist der Name von Konrad Wezhensky aktuell durchaus aktiv. Der Mann aus Polen könnte noch einmal eine mögliche Alternative sein im Angriff, sprich auf Rechtsaußen. Er ist 27 Jahre alt, 400.000er Marktwert. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Sprich, er würde durchaus etwas kosten. Ja, sie sind durchaus interessiert an ihm. Er hat auch schon mal vorgespielt, ob das jetzt was wird, wird man noch die nächsten Tage sehen. Nochmal wichtiger ist aber die Position des Stürmers. Also man will durchaus noch einen nominellen Neuner mit dazu holen. Es gab das Gerücht um Lien Lauerbach. Da war man sehr daran interessiert, konnte sich aber nicht mit Holstein Kiel einigen, die sich da durchaus ja quergestellt haben, ihren dritten Stürmer abzugeben. Besser gesagt, sie wollten einfach zu viel Kohle. Das konnte Aue nicht bezahlen. Trotzdem fordert euch das noch einmal mehr, dass genau dort Aue noch wen braucht. Generell muss man sagen, der Kader ist schon ganz gut aufgestellt. Vielleicht fehlt auch in der Verteidigung noch mal einer für die Zentrale, so wenn ein Kakuta Luan noch verletzt ist. Vor allen Dingen finde ich aber auch, hat der Offensivbereich noch Nachholbedarf. Man setzt sehr viel auf junge Talente. Das kann natürlich funktionieren, hat auch in den letzten Jahren schon gut funktioniert. Neben den erfahrenen Nasarov, Hochscheid und Zolinski, wie auch Zulechner. Aber ein weiterer Stürmer, egal ob Talent oder gestanden, ist dann relativ egal. Aber den finde ich, braucht man schon noch. Trotzdem gibt es noch weitere Gerüchte um Abgänge. Niklas Jeck, den hatten wir ja vorhin in der ersten Elf als Backup in der Verteidigung. Er ist ein junger Innenverteidiger, aktuell sogar nah dran an einer möglichen ersten Elf, weil er eben durch die Verletzungen der dritte Innenverteidiger aktuell neben oder hinter Gonta und Ballers ist. Er sollte eigentlich fast sogar verliehen werden, hat sich aber da jetzt nochmal beweisen dürfen unter dem neuen Coach und könnte nun auch dann doch weiterhin eingeplant sein. Ansonsten wäre da eine Laie möglich. Zwickau war auch da interessiert. Bei Sascha Hertel ist es eine ähnliche Ausgangssituation. Er hat natürlich jetzt mit Dirk Karlsson, neben Gaitan Bußmann, nochmal einen weiteren Konkurrenten bekommen auf der Position des linken Verteidigers. Da gab es jetzt auch Gerüchte um eine Ausleihe. Ob da jetzt noch weiterhin was dran ist, ist natürlich dann die nächste Frage. Da war der Chemnitzer FC dran interessiert. Das könnte sicherlich für alle Beteiligten Sinn ergeben, denn er hat es rein positionstechnisch durchaus schwer. Und nun abschließend die große Frage nach dem Saisonziel. Was ist denn eigentlich aus Ziel? Und ich denke mal, über allem steht trotz guter Vorsaison der Klassenerhalt. Der ist das ganz klare Ziel. Das soll erstmal geschafft werden. Danach kann man vielleicht gucken, ob er ein Zwölfter, Elfter, Zehnter werden kann. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass der neue Coach mit einer neuen Offensive gefordert ist. Es gibt eine kleine Systemumstellung, jetzt eben das klassische 4-4-2-System. Offensiv wird sich ein bisschen was ändern. Florian Krüger und Pascal Teströ sind weg. Und das sind schon zwei Abgänge, die glaube ich richtig wehtun werden. Vor allen Dingen auch, weil man sie bislang nicht 1 zu 1 setzen konnte. Man hat es einfach viel mit jungen Spielern gelöst. Ob das funktioniert, ist die nächste Frage. Wenn aber offensiv natürlich Leute wie Zulinski, Hochschalt, Nasarov immer fit sind, dann kann das funktionieren. Aber ich sehe Aue dieses Jahr durchaus kritisch. Wenn der Kader so bleibt, Abstiegskampf heißt wohl auch am Ende die Realität. Und somit war es das für hier und heute mit Erzgebege Aue. Wir haben damit das nächste Team in Liga 2 einmal komplett durchgecheckt. Einmal komplett alle Themen behandelt. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann geht es heute auch schon weiter mit der nächsten Folge. Und zwar mit Darmstadt 98. Die sind als nächstes an der Reihe. Aber keine Sorge, alle 18-Zeitagisten kommen natürlich dran. Werden jetzt auch schon mindestens 10 gehabt. Also ihr seht, es geht voran. Wir werden alle pünktlich zum Saisonstal durchgecheckt haben und alle Informationen haben, die wir brauchen. Eure Meinung sind wir gerne mal unten rein. Wenn es euch gefällt, gerne abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu Darmstadt 98. Macht's gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.